So jetzt sind wir in Esslingen im Neckar und hier schon mal ein sehr interessanter Fund. Ein K.O. sehr schönes altes Bügeleisen. Brücke unter dem wir gerade sind. K.O. Fahrer sind auch mit dabei. Der Kollege ist auch schon fleißig am Fischen. Essling natürlich auch nicht schälen darf. Das ist ein Schönergebäude. Das ist ein Schönergebäude. Wahrscheinlich hat man versucht, die Schönergebäude auf dem Schönergebäude zu nehmen. So, den Anhänger haben wir schon in Weiblingen. Ganz ordentlich vollgepackt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich mache jetzt auch noch ein paar Würfe. Ciao! Ciao!